Hallo, ich bin Lena und in diesem Video geht es um die Literaturepoche Realismus. Ich werde dir zunächst die Begriffe bürgerlicher und poetischer Realismus erklären, danach die historischen Hintergründe der Epoche umreißen, auf ihre inhaltlichen und formalen Kennzeichen eingehen und anschließend noch kurz die wichtigsten Autoren des deutschen Realismus nennen. Es wäre gut, wenn du dich schon mal mit der Klassik, der Romantik und die Biedermeier auseinandergesetzt hättest. Der Begriff poetischer Realismus ist dadurch zu erklären, dass die deutschen Autoren trotz aller Wirklichkeitsnähe den behandelten Stoff künstlerisch verarbeiteten. Fontane zum Beispiel sagt hierzu, Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020